Ich will euch heute mal wieder einen Trade näher bringen, den ich letzte Woche bzw. über die letzten Tage gemacht habe. Dabei handelt es sich mal wieder um einen Swing Trade im DAX und der ist relativ typisch für die Art von Trades, die ich in letzter Zeit gerne mache. Wir befinden uns im DAX-Chart und gucken uns das Ganze mal wieder zur generellen Einordnung an. Ich bin ja eher der Trendfolger und versuche diesen Trend immer weiter zu spielen und der übergeordnete Trend im DAX ist natürlich, wie wir alle wissen, ganz klar shortgerichtet. Das hier ist jetzt leider wieder ein Anzeigefehler, aber ich denke, es geht auch so. Wir sehen ja, der DAX bewegt sich wellenförmig nach unten und wir sehen beispielsweise zum Zeitpunkt des Trades auf H4, haben wir uns abwärts bewegt und hatten hier ein korrektives Hoch gesehen. Und die Frage, die man sich jetzt natürlich stellt, ist, wie weit steigt der Markt und was kann ein möglicher Trade jetzt sein? Was wir generell gesehen haben, ist, in diesem Bereich kam relativ viel Long-Volumen rein. Das heißt, der Markt hat hier ordentlich Long aufgebaut und ist dann eben auch nach oben ausgebrochen. Zum Zeitpunkt, zu dem wir uns jetzt befinden, stehen wir kurz vor den Inflationsdaten. Und ich möchte nicht direkt vor den Inflationsdaten in den Markt gehen, habe aber auf dem Schirm, dass die Inflationsdaten natürlich sehr, sehr, sehr großen Impact haben kann auf die Wirtschaft. Meine generelle Idee ist ja, dass der Markt seine Abwärtsbewegung fortsetzen sollte und diese korrektive Bewegung eben nur korrektiv bleibt. Wir befinden uns jetzt hier über dem letzten Signifikantenhoch, das wir rausgenommen haben, wo möglicherweise Liquidität liegen kann. Das heißt, ein Abwärts-Push von hier aus wäre durchaus denkbar. Ansonsten haben wir natürlich auch noch interessante Bereiche in Form von diesen Long-Positionen hier, die wir von unten antesten können, auf dem gesamten Weg hier nach oben und natürlich über jedem Hoch, das Liquidität bereitstellen kann. So, nachdem wir die Inflationsdaten jetzt direkt vor der Brust haben, gehe ich noch nicht in den Markt, sondern schaue mir erstmal an, wie die ausfallen. Sind die schlechter als erwartet? Dann würde das für mich, für mein Szenario sprechen und ich kann mir vielleicht einen Einstieg suchen. Sollten die Inflationsdaten gut sein, dann möchte ich definitiv nicht im Markt sein und tue einfach gar nichts. Und genau das gucken wir uns jetzt mal an. Wir sind noch nicht ganz bei den Inflationsdaten angekommen. Der Markt hat sich weiter nach oben bewegt und um 14.30 Uhr gab es dann, glaube ich, die Bewegung, soweit ich weiß. Und da möchten wir jetzt dann natürlich mal hin. Das heißt, wir gucken uns die nächsten Kerzen an, die sich so ein bisschen bewegen und dann diese 5-Minuten-Kerze mit den Inflationsdaten. Grund dafür sind natürlich eine höhere Inflation als erwartet und dementsprechend auch Gift für die Märkte. Weil hohe Inflation, es gab ja die Hoffnung, dass die Märkte vielleicht wieder steigen, dass die Inflation den zweiten Monat in Folge rückläufig ist, ist nicht so gewesen. Die Kerninflation ist sogar gestiegen und dementsprechend ist das für mich, News getriggert, eigentlich mein Entry für den nächsten großen Short Swing. Weil für mich endet damit die korrektive Long-Bewegung einfach auch fundamental. Und diese krasse Kerze zeigt einfach diesen Momentum-Shift. Und häufig sind solche Kerzen auch Kerzen, die keinen passiven Einstieg mehr zulassen. Weil sich hier ganz starkes Momentum bildet und der Markt quasi einfach wirklich abgerissen wird. Das heißt, ich habe mir diese Kerze angesehen, habe eine weitere 5-Minuten-Kerze abwarten wollen, für den Fall, dass wir hier doch hochlaufen, vielleicht mit einem Docht und da einsteigen. Das ist so nicht passiert. Wir haben eine weitere Bearish-Kerze bekommen, die nahe dieses Tiefs schließt und nur so einen kleinen Docht nach unten. Und das war für mich der Punkt, ab dem ich gesagt habe, okay, hier steige ich ein, Stop-Loss lege ich direkt in die Spitze. Weil wenn wir hier nochmal drüber gehen, dann ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass es so ein First-Move-Wrong-Move wird. Und wir vielleicht einfach noch höhere hochsehen, bevor weitere Positionen in den Markt geschmissen werden, damit die Big Player alles unterbekommen. Ich glaube, ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass in so Situationen häufig einfach der, ja ich sage mal, dieses Momentum so stark ist, dass es nicht so oft passiert, dass wir das dann direkt wieder rausnehmen. Gerade wenn es wirklich so Horror-Nachrichten sind, die den Markt einfach komplett in neue Tiefs katapultieren können. Die Möglichkeit habe ich mir aber offen gelassen. Ich würde dann hier natürlich, wenn wir in den Stop-Loss laufen, würde ich einfach warten, ob hier die nächste Reaktion kommt, um dann vielleicht einfach besser in den Markt einsteigen zu können. Ist aber bis dahin noch Zukunftsmusik und deshalb für uns, für diese Betrachtung gerade noch irrelevant. Das heißt, ich bin eingestiegen und habe mir mal den Verlauf angesehen. Die nächsten Kerzen waren alle erstmal bearish. Hier so eine kleine Konsolidierung, die so ein bisschen wieder aus den Tiefs rausführt an den EMA. Nichts, was mir bis dahin Sorgen bereitet, weil der Markt ja wirklich erstmal für uns gelaufen ist und dementsprechend für mich auch noch kein wirkliches Anzeichen gezeigt hat, dass ich irgendwas tun muss. Auf H1 sah das Ganze dann so aus. Eine sehr imposante Kerze mit hohem Volumen, die mir eigentlich gesagt hat, okay, das kann der Start eines neuen Abwärts-Swings sein. Und dann überlegt man sich natürlich, wohin kann der gehen. Ich predige ja in den YouTube-Videos zu den DAX-Updates, spreche ich ja oft darüber, dass ich glaube, dass diese Tiefs hier nicht halten. Das heißt, meine grundsätzliche Idee war, in einen wirklichen Swing zu kommen, der vielleicht unter diese Tiefs führt. Das heißt, meinen wirklichen Take-Profit kannte ich zu der Zeit noch nicht, weil ich ja nicht weiß, wie tiefs geht und ich möchte mich da nicht limitieren, dass ich sage, ich gehe genau hier unten aus meiner Position raus, sondern ich reagiere auf die Price-Action, die mir gezeigt wird. Das eine oder andere Mal verpasse ich dadurch vielleicht noch ein bisschen was oder der Markt läuft schon wieder ein bisschen gegen mich, bevor ich rausgehe. Aber sehr oft bringt mir das eben auch sehr gute Profite, weil ich dadurch meine CAVs deutlich größer gestalte, wenn ich in so Bewegungen komme, die ich mir selbst vielleicht gar nicht hätte vorstellen können, dass sie so groß ausfallen. Und genau das war so der Grundgedanke von diesem Trade. Das heißt, ich bin jetzt im Stundenchart unterwegs und monitore hier einfach weiter meine Position, weil ich ja einen Swing habe und den Swing nicht mehr auf M5 entscheiden möchte. Stop-Loss auf Break-Even halte ich für noch gefährlich, habe ich an der Stelle nicht gemacht, weil ich der Meinung bin, wenn wir so nach unten gelaufen sind, es ist durchaus möglich, dass wir dieses Level vielleicht nochmal antesten, das kann ich nicht ausschließen und dementsprechend möchte ich eigentlich hier auch noch nicht aus dieser Position eklig ausgestoppt werden und dann läuft der Markt genau für mich. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, meinen Stop-Loss einfach hier zu belassen, weil ich der Meinung bin, wenn wir in diese Spitze laufen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir auch einfach darüber laufen und dann möchte ich definitiv nicht mehr dabei sein, sondern mir einen neuen Entry suchen. Das heißt, ich gucke der Position einfach weiter zu, wie sie nach unten läuft, Stunden für Stundenkerze, alles keine Sachen, die mir bisher Sorgen bereitet haben. Dann kam diese Kerze für mich bis dato auch noch nicht wirklich aussagefähig. Klar, wir haben hier so eine kleine Bodenbildung gemacht, ist aber natürlich nach so einem Abverkauf auch sehr häufig ein Szenario, das einfach vorkommt, dass es sich so eine Art Konsolidierung bildet, bevor wir mal ein bisschen nach oben laufen. Vor allem nach dem ersten großen Impuls sieht man sowas relativ häufig. Die erste Gegenbewegung ist aber selten die, die wieder komplett in neue Hochs führt. Deswegen, ich habe das Ganze hier korrektiv einbehalten mit der Idee, dass wir an dieses Level noch ranlaufen könnten. Das heißt, ich habe das bewusst in Kauf genommen und gesagt, ich schließe die Position noch nicht. Zumal das eben die 8 Uhr Kerze war und wir noch nicht mal die Kasseröffnung des neuen Tages hatten. Es ist auch nur eine Beobachtung, die ich gemacht habe, dass die 8 Uhr Bewegung häufig von der 9 Uhr Bewegung wieder aufgefressen wird, weil 8 Uhr eben sehr viel mehr private Händler unterwegs sind, die dann natürlich von den Institutionen wieder ausgespielt werden. In dem Fall war es jetzt nicht so, aber wir sehen schon an diesem Bereich schon wieder die erste Rejection reinkommen. Habe nichts getan, sondern weiter zugesehen. Auch das sieht für mich nicht nach einer bullischen Kerze aus. Und wir sehen, die Abwärtsbewegung wird wieder fortgesetzt. Wir fallen in ein neues Tief und bewegen uns damit weiter nach unten. Was wir dann gesehen haben, ist eine deutliche, ja ich sag mal Schattenbildung mit langen Dochten nach unten. Der AD-Indikator zieht schon wieder ordentlich nach oben, ist fast schon auf dem Bereich dieser Hochs, fand ich persönlich auch etwas merkwürdig. Hier haben wir dann eben auch schon eine versteckte Barrage-State-Divergenz, nämlich quasi einen höheren Stand, als es in vorherigen Beispielen der Fall war. Und damit eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Trendfortsetzung. Mir haben auch ehrlicherweise diese Dochte nicht so gut gefallen. Ich fand die überproportional lang, weshalb ich davon ausgehe, dass hier unten definitiv Liquidität liegt, die aktuell halt noch dazu geführt haben, dass der Markt sich wieder nach oben wegbewegt. Hab dann weiter abgewartet. Die nächste Kerze kam wieder in den Bereich dieser Dochte. Ist auch etwas, was relativ häufig passiert. Und hier haben wir etwas tiefer geschlossen als vorher. Der ein oder andere legt ja sehr viel Wert auf Dochte. Ich bin eher der Typ, der auf Schlusskurse Wert legt. War jetzt hier sehr, sehr knapp. Aber ich habe mich auch hier dazu entschieden, die Position noch weiter zu halten. Ehrlicherweise kann man sagen, das wäre ja auch so ein Beispiel, wo man aus dem Markt gehen könnte. Hätte ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch getan, weil es natürlich schon so aussieht, als wären wir hier einfach nur ins Tief gefallen, hätten uns die Liquidität geholt und würden jetzt weiter nach oben ziehen. Ich habe die Position aber weiter laufen lassen mit dem Risiko, dass ich eben auch nicht mit dem Gewinn aus der Position komme, den ich mir erwarten würde. Allerdings wollte ich diesen Swing einfach spielen und habe da ein bisschen mehr Risiko quasi auf mich genommen. Ist vielleicht auch ehrlicherweise nicht die klügste Entscheidung, muss man an der Stelle auch sagen. Wäre mit Sicherheit sinnvoll gewesen, hier Teilgewinne mitzunehmen oder vielleicht zumindest den Stop-Loss auf Break-Even zu setzen. Ich will euch nicht anlügen, habe ich nicht gemacht. Ich habe die Position einfach weiter laufen lassen. Und der Markt hat sich hier so ein bisschen seitwärts bewegt. Dann diese Kerze hier geprintet. Das war dann am 15. September. Es war ehrlicherweise auch so die Zeit, in der ich von meiner USA-Reise nach Hause geflogen bin und dann nicht so 100% die Märkte immer im Blick hatte. Ich hatte ja sowieso meinen Stop-Loss hier oben drin. Wenn, dann hätte ich halt vielleicht den Verlust kassiert oder eben die Chance gehabt, dass der Markt weiter für mich läuft. Hätte ich das jetzt gesehen, wäre wahrscheinlich schon so ein Part, wo ich sage, okay, macht wahrscheinlich Sinn, aus dem Trade rauszugehen. Ich habe es aus genannten Gründen natürlich, wie gesagt, nicht getan, sondern einfach weiter laufen lassen. Manchmal gehört halt ehrlicherweise auch einfach ein bisschen Glück dazu. Ich bin aber froh, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Nicht wegen dem Profit, den ich gemacht habe, sondern einfach auch, weil man lernt durch dieses Laufenlassen auch viel entspannter zu bleiben, auch wenn mal eine Kerze gegen einen läuft, weil natürlich auch über diesen ganzen Seitwärtskerzen Liquidität liegt, die vielleicht einfach abgegriffen wird, bevor wir uns weiter nach unten bewegen. Genau das ist auch passiert. Deshalb gut, dass ich da keine Entscheidung treffen musste. Auch unter diesen Tiefs liegt wieder Liquidität, die dazu führt, dass der Markt nach oben kommen kann. Allerdings ist das auch wieder so mit Vorsicht zu genießen, einfach weil wir uns kurz... Die 15 Uhr Kerze geht ja 15 bis 16 Uhr, das heißt, wir sind mitten in der US-Eröffnung und ich finde auch das immer relativ gefährlich, weil gerade die ersten Minuten sehr volatil sind, sehr viel Bewegung in den Markt kommt und ich warte dann oft gerne einfach noch eine Stundenkerze ab als Bestätigung. Macht natürlich auch hier Sinn, weil wir hier diesen Schlusskurs erstmal verteidigt haben und erst die nächste Kerze entscheidet ja, ob es jetzt nach oben weitergeht oder ob wir dann nicht doch weiter fallen. In dem Fall ist es so gekommen, wir haben hier in diesem Tief geschlossen und das war der Punkt, ab dem ich mir dachte, okay, dieser Bereich wird mit Sicherheit oder mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht halten und wir werden uns weiter nach unten verabschieden. Ist dann auch so gekommen, wir sind weiter nach unten gelaufen, ich habe die Position dann voll laufen lassen, hier gab es für mich aktuell noch keinen Handlungsbedarf, dann sind wir in dieses, ja, ich sag mal, neue Tief gelaufen mit einer weiteren großen Blumenkerze und kommen in einen Bereich, der dann natürlich langsam gefährlich wird, weil wir haben hier einen Tief und unter dem Tief kann natürlich auch wieder Liquidität liegen. Ich habe bis dahin aber noch nichts getan, sondern mir angesehen, wie wir uns in diesem Tief verhalten. Man sieht schon, die Bewegung wurde verlangsamt, wir haben eine erste bullische Reaktion bekommen, was schon einen kleinen Hinweis auf ein Reversal liefern kann, ist aber noch nichts, wo ich jetzt aktiv unbedingt handeln würde. Ich markiere mir dann immer ganz gern diesen Schlusskurs und schaue mir an, wie die nächste Bewegung kommt. Ziehen wir jetzt dynamisch nach oben, würde ich den Trade schließen, dann natürlich auch mit dem, ja, Hintergrund, dass ich hier ein paar Punkte verschenkt habe, aber das muss man eben bewusst in Kauf nehmen, wenn man solche Swings spielen will, weil man ja irgendwie nicht bei jedem kleinsten Signal direkt den Trade wieder schließen sollte, sondern sich eben auch im Laufen lassen übt. Die Kunst ist dann zu entscheiden, wann es zu viel ist und wann zu wenig. Hier unten finde ich relativ gefährlich, auch so aufgrund dessen, dass wir hier sehr viel bullisches Volumen hatten. Man sieht es hier in diesen ganzen Kerzen und wir eigentlich noch nicht so richtig zu diesem Bereich zurückgekommen sind. Auch der AD-Indikator steht in einer Divergenz, wenn man sich das so ansieht. Wir sind ja hier deutlich nach unten gelaufen. Hier stehen wir aber aktuell immer noch höher als zu diesem Zeitpunkt. Und das war dann sowas, wo ich mich nicht mehr so ganz wohl gefühlt habe und mir gedacht habe, okay, vielleicht fallen wir doch nicht direkt durch diese Tiefs, sondern drehen erstmal und laufen wieder nach oben. Zumal wir uns hier gerade am Freitag befinden, das heißt kurz vor diesem Video und wir nächsten Mittwoch, kommenden Mittwoch, den Zinsentscheid haben und ich mir durchaus auch vorstellen kann, dass wir vielleicht noch eine kleine Erholung vor diesem Zinsentscheid sehen. Aber ich warte natürlich auf den Chart, der mir die Wahrheit zeigen soll und nicht auf das, was ich glaube. Habe diese bullische Kerze gesehen, die so ein bisschen in diese Hochs reinläuft und mir dann gedacht, okay, könnte gefährlich werden. Ich warte mal noch ab, dass der Markt nochmal zurückkommt und an diesem Level möglicherweise reagiert, weil wir befinden uns ja nichtsdestotrotz in einem starken Abwärtstrend und man darf nicht oder man kann natürlich, aber ich möchte nicht auf jede Gegenbewegung direkt reagieren. Auch das ist so geschehen. Der Markt ist hier nochmal nach unten gekommen, hat hier ein bisschen Liquidität abgegriffen, hat nicht ganz bearish geschlossen, aber auch nicht wirklich bullisch. Die nächste Stundenkerze schließt wieder in diesem Bereich, das heißt auch hier habe ich mich entschieden, ich tue noch nichts. Weil wir ja jetzt durchaus die Bewegung fortsetzen können. Allerdings habe ich diesen Schlusskurs ganz, ganz fest im Auge, weil genau der eben für mich entscheidend sein kann. Wenn der bricht, will ich sofort meine Position weiter laufen lassen und wenn dieser Schlusskurs ein weiteres Mal halten sollte, wäre das für mich das Signal, dass ich aussteige aufgrund dessen, was ich hier gesagt habe, die Gefahr, die ich sehe. Okay, das heißt, ich gucke es mir an. Wir sind genau auf dem Schlusskurs. Ich tue nichts. Wir bekommen die nächste Kerze, schließen darüber und ich verlasse diese Position. Man sieht jetzt auch, die nächste Kerze tanzt nochmal so an diesem Schlusskurs, greift auch nochmal darunter. Ich bin allerdings schon aus meiner Position raus und der Markt will nicht mehr unter dieses Level drunter und wir schließen mit der letzten auch darüber. Das heißt, ich hatte hier, ja, ich sage mal, Status Quo, einen relativ perfekten Swing. Die Frage ist jetzt, ob wir uns doch noch weiter nach unten bewegen. Dann habe ich vielleicht was verschenkt. Aber ich sehe zum jetzigen Zeitpunkt mit einem CRV von über 3 einfach das Chancenrisiko zunehmend schlechter wird und möchte gegebenenfalls hier oben nochmal einen neuen Einstieg versuchen. Sollten wir uns erholen. Sollte der Markt weiterziehen, dann in Anführungszeichen Pech gehabt, bin ich halt nicht mehr dabei, aber ich habe ja einen super schönen Swing mitnehmen können, mit dem ich Geld verdienen konnte. Von daher ist alles für mich cool. Ja, wie ihr seht, manchmal gehört auch ein bisschen Glück dazu. Ich war ja in dieser Zeit nicht immer aufmerksam aufgrund der Reise, aber auch das gehört ehrlicherweise einfach mal zum Trading-Alltag. Ein bisschen Glück oder ein bisschen Pech in der falschen oder richtigen Situation. So viel soll es dann zu diesem Video gewesen sein. Falls dir das geholfen hat, würde ich mich natürlich wie immer über ein Like freuen. Und wenn du noch kein Abonnent des Kanals bist, würde ich mich auch sehr über ein Abo von dir freuen. Ansonsten wünsche ich dir wie immer stabile Trades. Pass auf euch auf, pass auf euer Konto auf. Ciao, ciao.